Das werden wir natürlich sofort nutzen. Ja, Teil zu Angriff, ist wichtig. Machen wir direkt der 1 und dann machen wir noch Taijutsu, wir machen Gesundheit auf 1 und Taijutsu verteilt auf 1. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Das ist meine Reise, aber ich habe immer wieder auf die Welt geflüchtet, und ich habe auch viele Menschen verletzt, und ich habe auch viele Verlust, die ich verletzten. Ich habe mich sehr verletzt, was ich? Ich habe mich nicht in Ordnung. Das heißt, dass die Leute mit den Schwestern zusammengebracht haben, Das ist das, was ich für die Werteilung zu entwickeln? Wahrscheinlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein gutes Zeugnis. Wenn man jemanden hat, ist, dass man eine Art und Weise ist. Ich schaue dich und schaue dich. Ich schaue dich. Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Was ist das? Vorausage folgt. Jetzt fangen die Banditen. Schiffskampf. Ich würde sagen, bevor wir uns den Missionen widmen und so, schließen wir erstmal die Story ab. Ist vielleicht auch besser. Ich kann euch einmal kurz zeigen, wie so das Missionsmenü aussieht. Wir haben also direkt drei Missionen bekommen. Keine Gnade für das Böse. Vernichte die Vorräte und Maskierter Mob. Zwei D-Rang und eine C-Rang Mission. Und man sieht oben, wie es halt Naruto übrig ist. Es gibt D-, C-, B-, A- und S-Rang Missionen. So sieht das aus. Dann gibt es dort den Überlebensmodus. Gegen eine Reihe starken Gegner kämpfen. Und hier gibt es auch, soviel ich noch weiß, viele verschiedene Level. Hier zum Beispiel Naruto. Gegen Genen Gang. Kämpfe gegen eine Gruppe Genen. Anschließend Kunoshi und Strohhüte. Und so weiter und so weiter. Und hier gibt es noch einige Herausforderungen. Also da erwartet uns noch einiges. Das wird auf jeden Fall nicht so schnell durchgespielt werden, wie Teil 1. Und ich glaube, die Story war auch relativ lang. Ich weiß aber nicht, ob sie länger als Teil 1 war. Oder nicht. Neji. Ich bin genauer. Das war's von bei den Runden. Nachdem ich einen weiterenen Kursen habe, wird man sich alleine mit einer Kursen einen gewissenen Geist und also mit einer Kursen. Ich bin jetzt die Nachrichten eines Kurses, die einen von den Runden-Quaren-Quaren. Ich bin jetzt der Nachricht. Ich bin jetzt mit der Kursen. Ich bin jetzt mit der Kursen-Quaren. Nein Ich bin, dass ich euch nicht mehr verletze, wenn es ein Schwerter ist. Ich kenne nicht, wenn ich mich nicht mehr verletze, aber ich weiß, dass es nichts mehr mehr gibt. Für mich ist das, dass ich sie mit ihnen ein Schwerter und mit ihnen sollegebrachte? Ich denke, dass Sie eine�le, die Sie mit der Kunde auf eine Pläne ausfüllen. Sie müssen sie dem船 fangen, um sie zu verletzen zu lassen. Ich weiß noch, wo Lee das erste Mal eingeführt wird. Das ist auf jeden Fall noch nicht hier. Das könnte sogar dann in Kapitel 3 sein. Da ist man auch auf so einem... Ne, ich sag lieber nichts. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Also hinterher sage ich was Falsches. Ich meine aber, man ist da auch irgendwie am Meer oder so. Aber nicht auf einem Schiff. Oder Boot. Ich bin der Fall, der Schiff. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Herr, das ist ein Wunsch. Na, warum? Wenn du ein Verkauf an das Kaffee fährst, dann wird der Zuck einfach schockt. Also muss er das Befestigungen sein. Oh... Oh, das ist... Sie können es um Wunsch. Daher wird es um Wunsch. Wenn du das Bedeutel habe. Oh, jetzt geht es los. Hey, nein, die ganze Tugend fällt runter. Nein. Nein. Ich zeige euch mal, warum ich Neji gerade in diesem Teil so cool finde. Er kann nämlich die Yuken benutzen mit R2, wie ihr seht. Und man kann die so extenden, dass daraus 8 Trigramme 230 Hände werden. Keine Ahnung, was Sakura Blitz ist, aber gut. Jetzt habe ich mit Sakura aus den Tugend eingesammelt, die ich eh nie spielen werde. Mann, die ganze schöne Tugend. Hm. Ja. 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 Was ist das? Das ist eine Bedeutung. Wir wollen die Bedeutung. Was ist das? Es kommt nicht mehr. Kommt da noch was? Ich weiß, wie man kämpft, aber... Ah. Ich weiß, wie man kämpft, wie man kämpft, wie man kämpft, wie man kämpft. Alles über Bord. Das ist doch echt krank. Krank scheiße. Ja. Ich will die auch nicht in die Ecke trappen, aber es passiert halt. Ich glaube, die Map fängt an sich zu looten. Also kann sein, dass da gleich wieder diese Typen draus sind, die Wurfmesser werfen. Ja, sind sie auch. Ich sehe sie schon. Diesmal versuche ich sie zu vernichten. Genau. Ich wünsche, ich hätte ein Tuch mit Magneten. Und ja, ich könnte mit Dreieck und Kreis den QB-Mode aktivieren, aber das wäre halt Verschwendung. Jetzt muss ich wieder warten, bis die Gegner spawnen. Es gibt auf jeden Fall spannendere Missionen in diesem Spiel. Aber vertraut mir, es ist halt wirklich gut, ne? Ja, wir kommen schon langsam ans Ende, oder? Der Bandit-Anführer ist da. Besiege ihn innerhalb des Sight-Events, dann nehmen wir ihn fest. Okay, Boss. Wo ist er? Wo ist er? Oh, der ist auf der Rückseite des Schiffsboots, was auch immer. Ist er? Sogar der fucking Baumstamm vom Tauschstuhl zu floated. Also, falls ihr es dachtet, der hat nicht nur diese eine Lebensleistung, der hat mehrere. Wo ist er? Wo ist es? Ja, wir gehen. Einmal das, was ich beim Tauschstuhl zu coole. Woh, lieber nicht. Wo ist der Kurang auf demทkichstuhl zu gewöhnen? Wo ist er? Wo ist das I Screw? Wo ist das? Wo ist das, was wir? ja ich bin mir immerhin von der tugend nix übers boot geflogen 403 tugend von naruto kann sich sehen lassen Das ist so ein Mann! Wie sieht er aus dem Todzok-Dann? Dann gehen wir in die Stadt! Ja, warte. Arate ist gekommen. Ja, ich bin schon wieder. Sakura, Naruto! Ich bitte den Todzok-Dann. Oh, ich habe es geschafft! Hör auf! Hör auf! Du gehst auf den Pfeil, dann gehst du nicht mehr, wenn du ein偏偏偏 gehst. Das ist ein偏偏偏? Du hast dich um einen Schiff zu schocken. Du hast dich geholfen, das zu erzählen. Und wenn der Kugutschrein der Kugutschrein wird, wird er direkt auf die Kugutschrein und die Kugutschrein wird erneut sein. Soll es das Kugutschrein und die Kugutschrein die Kugutschrein und das Kugutschrein Heute ist es ein wenig zu schützen. Wenn du dich nachher schützt, dann wird es schwierig zu schützen. Wahrscheinlich. Das ist ein wenig. Das ist auch mit Sakurach. Es gibt auch die Leute, dass man auch noch ein paar Mal zu kämpfen. Aber jetzt ist es ein wichtiges Ziel. Das ist gut. Das ist gut, Narlto. Ich weiß nicht, was ich. mystery natürlich auf dem hinweg keine einzige und jetzt wahrscheinlich wieder zwei stück mal gucken wo ich gleich wieder upgrades rein ballere nur einer ok